Ja, Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warhammer Vermintide. Mit dabei die üblichen Verdächtigen, einmal die Dame des Hauses, Hallo Jorle. Hallöchen. Und der lange Lulatsch hier, Minyas. Guten Tag. Im wahrem Leben wie im Spiel. Genau. Er trägt übrigens auch privat gerne mal so einen Hut. Ja. Und du deine Haare auch gerne so heiß, ne? So rot, warm. Das passt. Ja, ja. Tut gar nicht weh. Ja. Wir haben neue Missionen freigeschaltet. Wir haben neue Missionen, genau. Weil wir die letzte Mission geschafft haben, haben wir neue Missionen. Wir nehmen diesmal den Smugglers Run und ich drücke direkt auf Start. Und wir drücken F2, dass wir already sind. Und dann machen wir so einen Smugglers Run. Ja. Wir haben gerade schon mal probiert in der Kanalisation, glaube ich, ne? Dann ist uns das Spiel wieder abgestürzt. Das ist Smugglers Run. Ja, so. Ja, das ist teilweise recht instabil, ja. Ja, ist ja auch, ist ja Beta. Oder es liegt an den Konstellationen der Rechner oder so. Wo Sachen machen. Na gut. Also ja, den Anfang haben wir ganz kurz gespielt. Er ist halt abgestürzt. Das kennen wir schon ein bisschen. Geht's lose. Indie will auch. Ja, Ratten. Indie will Ratten jagen. Ratten. Geht, Ratten. Super. Okay. Ich würde sagen... Go. Kisse. Los geht. Und wichtig, immer zusammenbleiben. Okay, ist noch Medical, aber brauchen wir ja gerade nicht. So. Will mal sprinten, das geht ja gar nicht. Ne, ich will auch die ganze Zeit, aber es geht halt wirklich nicht. Der Hammer ist so sweet. Hier gibt's auch ganz kleine Rattis, ne? Mhm. Gibt's kleine Rattis. Mini, mini, mini. Cool aus. Ja, bam. Als du jemanden mit in deinem Lab for Dead nimmst, was ja auf der... Uh, äh... Steam-Engine... Ähm... Oder? Steam-Engine? Naja, von Valve. Ist richtig. Von Valve, oder die Valve-Engine. Basiert. Das ist natürlich schon in den Jahren gekommen, ja? Und dass man jetzt nochmal so ein Spiel macht, was man kooperativ gemeinsam sich durchsetzen kann, Missionen machen, ist schon echt cool. Ja. Ach, mein Dicker will jetzt raus. Es geht gerade schlecht. So. Okay. Das machst du ihr Dead End, okay? Sackgasse. Nicht für uns. Nicht für uns. Ich hab'n Hammer. Wir sprengen uns den Weg frei. Nein. Ich hab' mich einfach durch die Wand. Vergiss es. Hahaha. Wenn man so in der Gruppe steht, kommt man eigentlich ganz gut klar, ne? Ja, ja. Man muss halt wirklich immer zusammenbleiben, dann... Klappt doch gut. Hinter uns sind... Oh, 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 oh. Aua, der war ungünstig. Wieso habt ihr denn das jetzt gemacht? Ich hab' hier gerade vier Ratten mitgenommen. Wenn du so an der Tür stehen bleibst und die kommen so kanalisiert... Hahaha, kanalisiert. Ähm... Oh, das ist, ähm... Lustigste Folge. Ja. Ja, ihr seid doch alle irre, seid ihr. So ein bisschen. Irre. So, guck mal... Gucken wir mal dem Rattenbau nach. Oh, 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 der ist wer. Der braucht Hilfe. Der Hunter ist noch nicht tot. Ich bin jetzt auf mir, auf mir, auf mir, auf mir, auf mir. Step, 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 step. Jetzt war der auch auf mir drauf. Das finde ich ja nicht so gut. Die macht's auch mit jedem. Ja, ich glaube auch. Unfassbar. Hier, weg mit dir. Oh, da hinten sind schon die Nächsten. Oh. Ist der tot? Ja, der ist tot. Okay, rechts runter, wa? Einmal weggeboxt hier. Ich finde das irgendwie nicht gutes Spiel, weil das ist gewaltfährlich und gegen Ratten. Ja, unsexistisch. Ich find's auch ein bisschen arg gut. Ich werd hier einfach begattet. Ähm. Ich hab dich gerettet, Ted. Ich muss... Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da runter, ne? Nee, 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 da runter. Ja, ja, ja. Okay. Nicht durch grün, nicht durch grün. Grün ist vor. Oh, hier müssen wir jetzt aufpassen. Wir müssen ja jetzt mal aufmachen. Oh, hier sind noch Medical-Sachen. Und so ein Dice. Ja, hast du Glück. Ich bleib hier stehen. Okay, da kommen sie. Wir bleiben auf der Plattform. Hinter dir, kein. Immer auf der Plattform bleiben. Ja, mein Gott. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Da ist hier einer mit so einer Rüstung. Ich versuch den zu machen. Aua. Er ist ja wirklich der Klopper hier vom Feinsten. Oh. Der mit der Rüstung ist dood. Zwei davon schon. Jetzt kommen sie von hinten. Ha, ich muss mich schon wieder kratzen. Hilfe. Okay. Die Musik ist cool. Ja, hat was, ne? Wir können jetzt Loadgate übrigens weiter. Wir können weiter. Das ist doch mal eine Healing... Warte mal, ich wollte die Healing Potion mal nehmen. Oh, nein. Ich hab hier noch ein bisschen Probleme. Ja. Oh, puh. Danke, Kokain. Wir müssen aber weiter, weil sonst kommen hier immer wieder Gegner. Ja, ich weiß, aber... Ich muss ja erstmal durch hier. Kann ja nicht laufen. Komm hoch, komm hoch. Da ist noch eine Kiste. Willst du die gucken? Medical Supplies. Dann einfach weiter. Ich nehm mal nen Drang. Okay. Gut, komm weiter. Los. Auf. Oh, da vorne ist einer mit dem Gatling-Bahn, glaub ich. Okay. Das ist ja so eine Potion of Strength. Oh. Oh, nein. Ah, shit. Ah, ist so ungezigt. Einfach durchrennen. Taschenkater, bist du jetzt ruhig. Potion of Speed. Hier ist das so ein Bomb. Strength and Speed haben wir hier noch. Nimmt ihr euch? Hm. Dass hier immer in der grauen Umgebung so eine orangene, einsame Kerne steht. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Das ist die Ambiente. Oh. Oh, oh, da ist so ein, so ein, ähm, Meschan, ähm, Maschinen-Gan-Fuzzi. Na. Weg geht's. Oh, mir geht's ja ganz dreckig. Ich muss mich heilen. Heil du dich mal. Okay, hab ich. Hier ist ein Dicker. Ja, ich komm, ich bin schon da. Hier, kriegst du halt. Ja, komm, nimm. Er ist tot. Ja, das ist echt wichtig, die Klassen. Ja. Hier ist eine Munition. Ha. Oh. Oh, das könnte ich mal. Achso, nun müsstest du, okay. Aber ich kann dich jetzt mal heilen, Minus. Ich hab noch ein Päckchen. Ich könnte es auch nehmen, wenn du mal was auf Tasche brauchst. Oh, den Einschuss nehme ich mir auch noch mit. Wo müssen wir denn lang? Hier, ne? Ja. Mhm. Warte mal, ich nehme jetzt das Päckchen, warte mal. Bevor das mit dem Kampf passiert. Ja, mach das. Wir bleiben hier am Tor stehen. Ich bin soweit. Oh, guck mal, die machen das Tor kaputt. Hat sich gerade verformt, das Ding. Ja, dann soll ich ihn zerschlagen, ja. Achtung, hinter dir. Guck rein, Achtung. Oh, danke. Die Farb, äh, die Lichteffekte sind super in dem Spiel. Ja, ja, bringt echt eine gute Stimmung rüber. Jetzt nochmal. Oh, eine Bombe nehme ich mit. Oh, alles klar. Hier, komm einmal rüber. Ja, und nochmal. Okay. Oh, Maschinengewehr, Maschinengewehr. Wo? Oh, ich kriege ich, äh, gelöst. Aua. Wer war das denn jetzt hier? Oh, 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 ich bin hier halb, äh, irgend so ein Specialtyp, aber der ist tot. Cocaine hat mich gerettet. Oh, oh. Schon wieder ein Cocaine. Mann. Cocaine, mein Retter. Oh, hier ist ein, ähm, Medipack. Warte mal, ich nehm mal das kurz hier. Look. So. Hier sind Weißhaare gerade, und hier sind die Älteren. Das sind die Älteren. Das sind die Weisen. Im Morgenland. Müssen wir, müssen wir hier runter? Ja. Das ist die letzte Schleuse. Das ist schon für die letzte. Ähm, ich komme aber irgendwie nicht drüber. So, jetzt. Bin gelandet. Okay, immer schön zusammenbleiben. Ich kann nichts sehen, mein Kater ist vor dem Bildschirm. Boah, das wird... Oh, hinter dir Cocaine, Achtung. Oh, 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 jetzt wird's hier aber. Oh, ich muss mich heilen. Ja. Wo ist das, wenn du es kannst? Nee, das geht nicht. Ich bin hier eingekesselt. Okay, mach dich ein bisschen frei hier. Ich bin totgleich. Ich hab den Dick mit der Rüstung gemacht. Oh, oh. Ich komme, ich komme. Oh, Mann. Jetzt wollte ich mich gerade... Ich war fast fertig mit dem Heilen. Hab dich. Heide dich jetzt doch mal. Jo, hab ich. Damit du nicht blutest hier. Ach, das ist schon wieder diese Hilfe. Zwölfe? Nee, die sieht aber auch aus wie so eine Ratte. Gell, die haben einen Rumhang da. Ja. Okay, wir können weiter. Oh, die nächste Mini-Bag brauche ich. Ich kann dich auch heilen, wenn du willst. Wie viel hast du denn noch? Ja, ich mache dich nach dem Kampf. Nach dem Kampf kriegst du... Verlier mal noch ein bisschen. Ich bin mühig. Ich bin mühig, okay. Ja, ich heil dich gleich. Oh, oh. Der Hunter... Der Hunter ist tot. Wir müssen weiter, sonst... Ja, ich muss Mini erst erstmal heilen. Ja, ich bin gestebt, 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 gestebt. Der Hunter ist halt noch nicht tot. Jetzt geht es mir nicht gut. Haben. Ja, jetzt warte kurz. Lauf, Minyas, hinter uns. Wir müssen weiter, weil die kommen immer wieder von hinten. Ich muss halt Minyas heilen. Nicht anders. Nein, danke. Das hat jetzt überhaupt keine Priorität. Äh, Minyas war tot, quasi. Weiter, weiter, weiter. Hier geht's nicht lang. Nee, es war richtig. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir sind falsch. Ich werde nach vorne geschoben, durch die Massen. Ja, ich schieb dich vielleicht. Das kann sein, aber ich muss immer so ausholen. Hier lang. Weiter, weiter, weiter. Jetzt muss ich mich langsam heilen hier. Macht einer hinter uns? Okay, er ist frei. Oh. Joi, joi, joi. Einfach durch hier. Kiste. Nix drin. Los, hoch mit euch. Hoch, hoch, hoch. Oh, shit. Was passiert? Seid ihr oben? Oh, hier ist ja direkt was. Oh, fuck. Ich sterbe gleich. Aber dich nehm ich noch mit. Und dich auch. Boah. Ich bin so konzentriert beim Spiel. Ja, ich auch. Alter, du musst echt immer gucken, wo die Gegner gerade herkommen. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Hier lang. In den Wagen. Rein. Was sind wir schon? Ah, wir haben es geschafft. Ja. Rein. Und so. Ja. Genial. Geil. Ja, sehr schön. Gucken, was es jetzt gibt. Geschenke. Ich habe wieder so einen, so einen Dice habe ich. Puh. Gut, gut. Okay, Würfeln. Würfeln. Blick. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Hm. Äh. Ich bin eins hochgestiegen. So ein Mini-Dolch. Ja. Naja. Was soll's. Immerhin etwas. Oh, ein neuer Bogen. Ich habe ein großes Schwert bekommen. Zwei Hand. Naja. Anna-Rid Warblade. So. Ja, ihr war auf Platz 1, ne? Ach, mach ich ja nicht. Ich raff das nicht. Dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Return to Inn. Return to Inn. Mr. Kagan, bitte. Ja. Äh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und haben wir jetzt noch eine neue Mission? Ja, ne? Ja, ja. Eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Aber das ist in der nächsten Folge. Natürlich in der nächsten Folge. Aber schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn euch das gefallen hat. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Tschü tschü.